Über die Tastatur, aber auch über die Maus kann man effektiv in seinem Tabellenblatt, in seinen Daten navigieren. Hallo und willkommen zu den Excel-Tutorials. Nachzulesen wird wieder einiges sein auf theosblog.com vom 15. Juli 2013. Ich habe hier eine kleine Liste. In Spalte A sind alle Werte gefüllt und mit STRG-Pfeiltaste nach unten kann ich in den letzten beschriebenen Datensatz hier in die letzte beschriebene Zelle dieser Spalte klicken. Wenn hier etwas leer sein sollte, ich lösche mal in Zelle A12 den Wert und ich navigiere nach unten mit STRG-Pfeiltaste runter, lande ich in der Zelle, die über der nicht gefüllten Zelle liegt. Das kann man also mit der Tastatur machen. Ich mache das Löschen hier nochmal rückgängig. Ich kann aber auch, ich stehe oben mit einem Klick auf den unteren markierten Bereich hier, mit einem Doppelklick auf die Markierung nach unten navigieren. Das entspricht STRG-Pfeiltaste runter oder hier auf den rechten Rand und ich gehe nach ganz rechts. Wenn ich auf die obere Linie klicke, dann lande ich in der Zelle, die vor einer leeren Zelle liegt. Also genau das Gleiche, als würde ich zum Beispiel STRG-Pfeil rechts drücken. Ja, STRG-Pfeil rechts. Ich drücke stattdessen jetzt doppelt mit der Maus hier, Klick-Klick, auf den Zellrand und navigiere so auch nach rechts. Also entweder auf die Linien geklickt oder STRG-Pfeiltasten. Da passiert dann genau das Gleiche jeweils. So, dann gibt es aber auch noch STRG-Pos 1 und STRG-Ende. Bei STRG-Ende lande ich hier unten rechts, in dem Fall hier unter der Tabelle. Und mit STRG-Pos 1 wandere ich ganz an den Anfang des Tabellenblatts. Ganz gut, wenn man irgendwo steht, STRG-Pos 1 drückt, landet man oben in Zelle A1 wieder. Zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, mit dem Bildtasten, Bild auf, Bild ab zu arbeiten. Wenn ich die einfach nur drücke, lande ich hier immer so eine Bildschirmhälfte weiter unten. Wenn ich das aber in Zusammenhang mit der STRG-Taste mache, STRG-Festhalten, Bild ab oder STRG-Bild auf, navigiere ich unten in den Tabellenblättern. Ich kann da natürlich draufklicken, aber ich kann auch STRG-Bild abdrücken und lande so auf dem nächsten Tabellenblatt. Über Maus und Tastatur wunderbare Möglichkeiten im Blatt zu navigieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.